Irgendwie ist das nicht mein Tag heute, ich weiß es auch nicht. Da kommt alles so aussichtslos vor, so hoffnungslos. Am liebsten würde ich alles hinschmeißen. Es gibt Tage, da ist sogar mir alles zu viel. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Andererseits gibt es ja immer jemanden, dem es noch schlechter geht als einem selber. Das muss man nur wissen. Es sind nur Gedanken. Man kann immer sagen Stopp. Man muss es vergleichen. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann ist das alles gar nicht mehr so tragisch. Jetzt geht es mir schon wieder viel besser. Schöner Tag.